Deoxys ist ein mysteriöses Pokémon mit dem Typ Psycho und exteriert seit der dritten Spielgeneration. Deoxys ist ein außerirdisches, zweibeiniges Pokémon, das vier unterschiedliche Formen annehmen kann. Diesen Formen ist das Aussehen in der Hinsicht gemeinsam, dass sie mit einer allgemein dominant rötlich-orangenen Farbe, einer bläulich-grünen Gesicht und drei bläulich-grünen Punkten auf dem Rücken, die als Dreieck angeordnet sind, ausgestattet sind. In der Regel hat Deoxys einen violetten Streifen in der Mitte seines Gesichts und ein lilafarbiges, kristallendes Organ in der Mitte seiner Brust. Seine weißen, runden Augen sind von rechteckigen, schwarzen Augenhöhlen umgeben. Es wird jedoch im Anime gezeigt, dass Deoxys auch ein grünes, kristallendes Organ und grüne Gesichtsstreifen haben kann. In seiner Normalform hat Deoxys Beine mit einem segmentierten, vertikalen, blauen Streifen auf dem oberen Teil. Der Bauch ist schwarz mit vertikalen Linien, während das meiste seiner Haut rötlich-orange ist. Die Arme sind in der Lage, verschiedene Formen anzunehmen, wobei normalerweise ein paar Arme jeweils die Form einer Doppelhelix annimmt. Ein Tentakel besitzt die typische rötlich-orangene Farbe Deoxys, während der andere hellblau ist. Alternativ kann es dazu humanoide Arme mit einer roten, ober- und blauen Unterseite und einer fünfringigen Hand bilden. In seiner Angriffsform bleiben die Beine zum Ende spitz zulaufend. Allerdings sind seine blauen Streifen nicht mehr segmentiert und führen über die gesamte Länge des Beines, sondern bilden eine große Spitze auf dem Knie. Seine zwei Paare Tentakeln sind eher peitschenartiger und mit feinen Spitzen, eine rot-orangene und eine blaue. Ausgestattet, sie gleichen denen der normalen Form. Sein Kopf ist dabei dreieckig, der zusätzlich drei spitze Erweiterungen hat. Deoxys Körper in der Verteidigungsform ist breiter, seine Beine haben einen bläulich-grünen Fleck auf dem Knie. Es behält seine zwei Paare rote und blaue Tentakeln, aber sie sind jetzt flach und breiter. Der Kopf ist mit dem Körper verschmolzen, sodass es einer Art Helm gleicht. Die rot-orangen Haut deckt nun den gesamten Körper ab, sodass nichts von seinem inneren schwarzen Körperteil sichtbar ist. Und es hat einen einzelnen blauen Streifen auf jeder Schulter. Deoxys Initiative Form hat einen eleganten schwarzen Körper mit dünnen Streifen. Die rot-orangen Haut erfasst nur der Kopf, Hüft, Gelenk und den Bereich um seinen Kristall. Es gibt nur noch ein Tentakel pro Körperseite, der eine rot und andere blau. Sein Kopf zeigt sich jetzt nach oben und die Rückseite seines Kopfes bildet nun eine lange Spitze. In der shiny Form ist der orangene Körper von Deoxys in allen Formen gelb. Deoxys erlernt je nach Form durch Level-Auftick-Attacken unterschiedlicher Kategorien, die meist dem Typ Psycho-Normal und Unnicht angehören. In der Angriffsform erlernt es offensive Attacken, in der Verteidigungsform defensive und in seiner Initiative Form Attacken, die mehr auf Geschwindigkeit gehen. Überdies besitzt Deoxys die Fähigkeit Erzwinger. Deoxys wurde durch die Mutation eines Virus gebildet. Dieses Pokémon ist sehr intelligent und sein Gehirn scheint der Kristall in seiner Brust zu sein. Dieses Organ ist in der Lage Laserstrahlen abzufeuern. Zusätzlich kann Deoxys sich mit psychokinetischen Kräften durch die Luft bewegen. Wie im Anime gezeigt wurde, ist es in der Lage jeden Teil seines Körpers, das es durch den Kampf verloren hat, zu regenerieren. Es hat auch die Fähigkeit eine Aurora ohne Veränderung seiner Form zu verursachen. Diese Lichter werden in verschiedenen elektromagnetischen Wellenlängen eingesetzt, um mit anderen Deoxys zu kommunizieren. Es wird auch gezeigt, dass die Sicht von Deoxys aufgrund verschiedener elektromagnetischer Wellen eingeschränkt ist, die durch Menschen, Pokémon und elektrische Gegenstände ausgestrahlt werden. Dieses Pokémon lebt im Weltraum hauptsächlich in dem Inneren eines Asteroiden, der zwischen dem Mars und Jupiter um den sogenannten Asteroidengürtel kreist. Deoxys steht in einer besonderen Fähle mit dem legendären Drachen, Pokémon Rayquaza. Dieses lebt in der äußeren Ozonschicht der Erde und fühlt sich durch das Eindringen von Deoxys in sein Habitat gestört, sodass dies zwischen beiden zu einer ausgeprägten Rivalität geführt hat. In diesen Höhen liefern sich beide erbitterte Kämpfe. Dabei hat Deoxys wie die meisten mysteriösen Pokémon keine Vorschufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Jedoch gehört es seit der vierten Generation zu den Formwandlern und hat insgesamt vier Formen, zwischen denen es wechseln kann. Die Normalform, die Angriffsform, die Verteidigungsform und die Initiativeform. In der dritten Generation waren es verschiedene spiele-exklusive Formen. Generell hat jede Form ihre Vorteile, die es für die jeweilige Situation nutzt. Neben den Vorteilen hat auch jede Form ihre Nachteile. So kann Deoxys zum Beispiel in seiner Verteidigungsform keine starken oder effektiven Angriffe ausführen, während es in der Angriffsform verletzlich ist. In der Normalform sind seine Statuswerte neutral verteilt. Und mit seinem Typen des halben Schaden gegen Kampf- und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Käfer-, Geist- und Unnichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.